Und damit wieder willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Valhalla. So, wir haben jetzt immer noch den Auftrag, unsere Besatzung zu finden und zu retten. Da ist jetzt noch die große Frage, müssen wir dafür unten zum Schiff oder müssen wir da rauf? Ich befürchte nämlich glatt, dass wir da rauf müssen. Gelegenheit offenbaren. An einem pulsierenden, leuchtenden Kompass. Was ist damit? Ah, jetzt habe ich nichts zu Ende gelesen, verdammt. Okay, jetzt schauen wir einfach mal. Wir laufen einfach mal hier rum. Gucken wir mal hier im Haus. Können wir da rein? Hier können wir einfach rein, okay. Na komm, mach kaputt. Vielleicht finden wir da irgendwas. Nee. Schade, na gut. So, dann gucken wir mal. Genau das Schiff ist dann da hinten gleich. 100 Meter. Leute, da werden wir. Muss ich unser Schiff und unsere Leute allein retten? Hallo. Können wir hier irgendwie interagieren? Nee, er macht nur irgendwelche Bewegungen. Ohne was zu sagen. Na gut. Ist das hier schon unser Schiff? Nee, oder? Nee, das ist dann das da hinten. Dieser Ort wird gut bewacht. Ja. Da ist jetzt halt die Frage. Können wir da einfach reinlaufen und die umbringen? Oder haut das eher nicht so hin? Oh. Komm. Wann? Jawoll. Komm. Komm. Na. Na, du sollst in die. Komm, hier ist aber. Hopp. Komm. Huh. Und komm. Bam. Bam. Und zack, Rainer. Bam. Okay, muss sagen, unsere Killmoves, die sehen nicht allzu krass aus. Aber es funktioniert. So, Verstärkung kommt auch keine. Dann gucken wir jetzt mal, finden wir hier irgendwas drin? Nee. Der Balken geht da zurück, der geht nicht zurück. So, jetzt schauen wir einfach mal. Was passiert jetzt, wenn wir hier zum Boot gehen? Ja. Können wir damit auch irgendwas machen? Nee, können wir nicht. Gut. Oder schlecht. Das heißt auf jeden Fall. Wir müssen ja jetzt wohl eher darauf. Aber hätte ja sein können, dass wir mit dem Schiff schon irgendwie interagieren können. So, irgendwo hier konnte ich doch noch. Konnte ich damit. Nee. Weil irgendwie konnte ich doch. Ja, komm. Hopp. Und komm. Bam. Irgendwie konnte ich hier doch noch Pfeil und Bogen auswählen. Wie ging denn das noch? Oder ging das... Nee? Ach so war das genau. Hopp. Ja, komm. Nehmen wir den normalen. Jawohl. Uh. Komm. So. Oh, Kopf ab. Okay. Können wir da auch irgendwie rauf? Nee, können wir nicht. Aber wir müssen da irgendwie rauf. Um da in die Festung oder in die Stadt zu kommen. Ja, und auffallen wollen wir natürlich nicht. Aber wir wollen hier rein. So. Mit deinem Rahmen kannst du Quest-Ziele ordnen. Das stimmt. So, komm. Gib mal mal ein bisschen Gas. Huch. Ah, jetzt hat er mich gesehen. Hm. Ja, komm. Komm, zack. Ui. Die fliegen immer ganz schön. Also. So, haben wir hier irgendwas? Nee, haben wir nicht. Oh, plündern. Dann plündern wir mal. Ja, ja. Komm du jetzt mal her. So. Okay, jetzt haben wir uns, glaube ich, eh schon auf uns aufmerksam gemacht. Was haben wir da? Nichts. Das Langhaus. Eine Mannschaft sollte da drin sein. Ja, jetzt gucken wir aber jetzt mal hier rein. Hier scheint irgendein Schatz oder sowas in der Art drin zu sein. Hier verriegelt. Mhm. Können nur von innen geöffnet werden. Okay. Einen Weg hineinfinden, um das Schloss aufzubrechen. Hier durch vielleicht. Ah, gucke mal. So, dann haben wir da. Genau, plündern wir dich mal. Kohlebahn. Deshalb muss man ein immenser Reichtum sein, wenn da Kohlebahnen drin sind. Na gut. So, dann können wir... Können wir dich irgendwie von innen öffnen? Nee. Und dich? Auch nicht. Na gut. Ist jetzt an sich auch nicht weiter wichtig. Sondern wir wollen ja eigentlich unsere Crew finden. So, Langhaus. Was meint er mit... Hier drin, meinst du? Schauen wir mal. Klettern wir mal hoch. Vielleicht können wir ja von hier oben irgendwie... Mal rein. Schauen wir mal. Wie schaut es hier aus? Ah. Wenn du dich weiter so windest, wird meine Axt deinen Hals verfehlen. Das wollen wir beide nicht. Wenn ich schon sterbe, dann soll es schmutzig werden, du Aas. Okay. Ja, los, runter. Na, du sollst runter. Ja. 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 Feigling, binde dich los und gib mir eine Axt in die Hand. Ich schulde dir gar nichts, Rabendreck. Oder deinem Clan von Trell und Bauern. Du, leg die Axt beiseite oder stirb durch meine. Du solltest auf einem Sklavenschiff nach Irland sein, Wolfsmal. Aber wenn du mein erstes Opfer sein möchtest, wird Odin dich sicher freudig empfangen. Du hast gerade dein Leben verwirkt. Okay. Er hat drei Ziele erfassen. Uh. Komm. Natürlich, der hat natürlich wieder brutal viele HP. Uh. Ja, ja. Er macht da hinten seine Kombos. Komm. Uh. Fuck. Ausdauer. Ausdauer wird verbraucht, wenn du ausweichst oder ein Angriff fehlschlägt. Sie ist ganz verbraucht, kannst du dich nicht mehr ausweichen. Also, ist die ganz verbraucht, kannst du nicht mehr ausweichen. Oder blocken. Bis sie wieder voll ausgefüllt ist. Okay. Du. Na. Wie. Komm. Bam. Boah. Ernsthaft? Wo kam das denn jetzt auf einmal her? Ja. Äh. Letzten Spielstand laden. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt ganz am Anfang wieder rauskommen. Das wäre nämlich richtig, demnach. Na gut. Ich hoffe, dass er irgendwie zwischendurch ein Checkpoint gesetzt hat. Gucken wir mal, wo schmeißt du uns raus. Ah, sehr gut. Uh. Nie nieder, Wolfsmal. Dann verschone ich dich. Halt deine Haul und kämpfe. Stirb du niedere Abschau. Uh. Jawohl. Ah, komm. Uh. Bam. Bam. Zack. Huch. Ja, ja. Ich weiß schon. Alter. Ich bin auch ausgewichen. Bam. Weg. Ah. Ach, komm. Der hat doch voll an mir vorbeigehauen. Uh. Und hopp. Zack. Jawohl. So. Hopp. Ja. Uh. Ja. Fällt dir auch langsam schwer, hä? Uh, fuck. Jawohl, schön den Schädel zerschmettert. Vater, du hättest sie bis zum bitteren Ende festhalten sollen. Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Nein. Nein, Varin. Nein, Varin. Nimm deine Axt. Tötet sie alle. Nein. Okay. Was ist das jetzt? Und wer ist das da? Na gut, schauen wir mal, wo es uns hinführt. Eivor, was ist mit dir? Bringt uns los. Oh. Ja, natürlich. Okay. So. Rabenclanmantel. Aha. Also, befreien wir dich mal. So, wen haben wir noch? Euch haben wir noch. Ja, ja. Wer atmen kann, kann auch kämpfen. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Das musst du uns nicht zweimal sagen. Hey, Eivor, hier drinnen. Hm? Oh, hallo Freunde. Ah. Huch. Komm. Ah. Wofür habe ich eigentlich den Schild draußen, wenn ich trotzdem kassiere. Was ist mit euch? Warum greift ihr denn nicht mit an? Komm. Ich setze dich auf. Ja, ja, das hat der andere gerade schon gemacht. Hat er ganz erfolgreich schon gemacht gerade. Na gut. Ich meine, ist die Ladezeit jetzt nicht so lange, das ist ja auch schon mal was. Kommt, wir holen uns unser Schiff zurück. Das musst du uns nicht zweimal sagen. Wie? Rüstung erhalten. Warte mal. Was haben wir da? Hemd. Tarnen. Na. Aber warte mal, was war das jetzt hier mit der Rüstung? Was haben wir da? Armschinen. Ja, machen wir mal drauf. Rabenklanghose. Packen wir auch drauf. Plündereraxt und Vare ins Axt. Na gut, hat bessere Werte, ne? Was haben wir da noch? Genau, das Hemd. So. Haben wir da irgendwas dafür? Anscheinend nicht, ja? Helm, nein. Und du? Ah. Okay. Angriff mit zwei Waffen. Ah ja. Uh. Komm. Ja, ja. Komm jetzt aber. Uh. Sehr schön. Leider aber nicht mehr zu von mir zu reden. Uh. So. Es kämpft hier aber auch keiner mit, ne? Ich muss alles, hallo? Ich muss alles selber machen. Und bam. Sehr schön. Komm. Boah. Zack. Und komm. Die Fülle kommt ja eigentlich noch von euch, sag mal. Kommt ich noch. So. Ach, du noch. Ja, ja. Gebe ich, gebe ich gerne zurück. Noch jemand? Du noch. Komm. Und zack, komm. Gut. Gut, dich können wir plündern. Schön. Okay, da sind noch mehr. Ich bring dich um. Ja. Uh. Ja. Na. Soll ich bei mir. Es ist fast geschehen. Ja. Ja. Uh. Ja. Ja. Hoffe ich. Ja, die Bären, den nehmen wir auch nochmal mit. So, was mit euch? Kommt ihr jetzt? Ich hoffe mal, ja. So, wir gib dich zu deinem Langschiff. Hier, komm. Zack. Ja. 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 Und da bist du noch. Ja. Bam. Was haben wir da? Achso, da kann man durch. Na, brauchen wir nicht. So. Schön, dass du auch mal mitkommst. Oh. Ihr seid hier schon wieder am Kämpfen. Uh. Und wer noch? Haben wir zum Beispiel noch einen? So. Was machen wir da hinten noch? Na, egal. Soll er mal machen. Das wurde ja auch zackt. Nicht quengeln, sondern rudern. Also dann. Äh. Genau. Sehr schön. Habe ich da gerade wen vergessen? Oh mein Gott. Ich habe da wen vergessen. Ja. Ist ja selber schuld. Ähm. Ja. Genau, können wir irgendwie noch, äh. Ihr Segel setzen, bitte. So, weil, äh. Mal gucken, vielleicht können wir den da hinten ja noch einsammeln. Huch. Ich bin selbstsichtig, tollfühl, blind, störrisch und ich bin am Blut und scheiße. Meine Fassung gefiel mir besser. Sieg mir! Was soll denn das? Na gut, komm, dann. Dann machen wir es halt mit Rudern. So, Jägerblick. Ganz gut ziehen. Ah ja. Na gucken, vielleicht steht er da ja noch. Aber, er ist halt nicht mitgekommen. So, dann schauen wir mal eben, vielleicht steht er da ja noch. Dann nehmen wir ihn nochmal eben schnell mit. Ah, gucke mal, da ist er ja. Ach, der ist gar nicht von uns. Wo ist ein Unserer dann eben, der wartet gerufen hat, oder ist der tot? Das kann natürlich auch sein. Na gut, dann, dann fahren wir jetzt. Äh. Ja. Fahren wir mal hier lang. Haben wir eigentlich eine Karte oder sowas? Ja, haben wir. Da wollen wir hin, oder? Ne, da unten wollen wir hin. Okay. Dann schauen wir mal. So. Sehr schön. Keine Gespräche, die ihr führen wollt? Hm. So, jetzt häckle ich hier gerade zwei verschiedene Dinge an. Was haben wir denn da in 500 Metern? Ist das irgendwie... Ist das irgendwie ein Lager oder sowas, oder? Na ja. Eivor, sieh nur! Jemand errichtet einen Außenposten auf dieser Insel. Kirthus Männer. Sie nagen an jedem feinen Fleckchen Land wie hunderte Knochen. Selbst wenn du halbtot wärst, könnten wir sie leicht besiegen. Na, dann machen wir das halt. So, komm. Komm. Okay. Aber ich würde... Kinder. Uh. Okay. Also gut, das machen wir nochmal eben schnell. Ja, komm. Uh. Oh, gut, dass ich ein Schild draußen hatte. Und du noch. Noch jemand? Da sind welche. Komm. Ja, ja. Hui. So, Burgenschützen. Wie schaut's bei euch aus? Für dich, ja. Auf jeden Fall. Genau, sehr gut. Drauf da. Das gibt's doch nicht. So. Dann machen wir euch auch nochmal eben einen. So. Haben wir hier noch irgendwo welche? Hallo? Komm mal da. Komm, alles mal mitnehmen. Uh. Und da unten? Sind wir fertig? Anscheinend sind wir fertig. Na gut. Jawoll. Äh. Ja, genau. Da wollen wir lang. Ich glaube, wir sind eben die ganze Zeit rückwärts gefahren. Kann das sein? Wo ist denn das Ruder? Wir haben gar keinen Ruder. Also hier ist auf jeden Fall keins. Da hinten ist aber auch niemand am Ruder. Na gut. Ne, doch. Da ist das Ruder. Ne, hier ist schon hinten. Okay, alles gut. Ja gut, Leute. Dann würde ich aber sagen, bevor wir uns auf die Heimreise machen. Uh. Machen wir hier erstmal einen kurzen Cut. Ich bedanke mich dann jetzt erstmal wie immer fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder. Ciao. Tschau. Tschau.